Und da liegt er... Nein! Ich kann's nicht, ich heiz nicht aus! Ich hab die Uhr schon gestartet. Der ist öde. Ja, er ist wirklich scheiße öde. Nur weil du das Scheiße noch mal verschrien hast. Und... Da liegt er! Jawohl! Hallo und herzlich willkommen zu Couchschnupps! Willkommen zurück zu Couchschnupps, meine Lieben! Ihr habt's ja keine Ahnung! Ihr habt's ja keine Ahnung! Es war ein Krampf! A pain in the ass! So hart, wirklich! Ihr seht, wir haben ein bisschen was anderes... Zwischenzeitlich ein bisschen Resistenzen gefarmt. Wir machen jetzt auch noch ein bisschen Fashion-Souls, bevor es weitergeht. Ich muss jetzt nämlich gleich wieder umstellen und umbauen. Was die... was das Equipment angeht, bevor es weitergeht. Weil das Equipment können wir jetzt dann eigentlich einmodden wieder, Gott sei Dank! Das war jetzt Arcan-Riese? Ja! Okay, gut. Arcan ist in dem Fall jetzt nicht nur wie in WoW zum Beispiel, nur gegen Arcan-Chan, sondern generell? Gegen Arcan. Magie ist halt fast alles, was Magie ist, ist halt hauptsächlich Arcan. Das ist dann auch gleich Bolt und Fire, aber... Sehr gut! Schauen wir wieder gut aus! Sehr gut! Dann? Was haben wir in der Zwischenzeit getan? Ja, jetzt in der Zwischenzeit tatsächlich nur alles, was wir so halt ausgelassen haben, mit dem eigentlichen normalen Spielverlauf eigentlich... halt noch... Also ich hab's noch einen schon abgefahren. Einen Farmrun. Ja, genau. Das ist das, was man hier und da was mitnehmen muss, weil es sonst noch nicht geht. Effiziente Spielzeit, würde ich sagen... Dreiviertelstunde vielleicht nur. Oh, es geht! Wir sind eh ziemlich gut in der Zeit. Abzüglich der Boss-Tride-Zeit. Na, es ist eine Dreiviertelstunde sogar so viel, es war tatsächlich nur eine halbe Stunde. Nur halbe? Ja. Weil die Sachen eigentlich relativ gut gelegen sind zum Übergang und allem drum und dran. Ja, genau. Diese Ladespiels machen uns nervös fertig. Sind wir gar nicht mehr gewöhnt, dass wir das schon brechen müssen. Also ich hab jetzt... Ich muss ganz ehrlich sagen, bis dahin kenn ich das Spiel ein wenig bis gar nicht. Ja. Wir waren ja im Wald schon, oder? Ja. Nein? Ja, ja. In den Probierten Woods waren wir. Genau, richtig. So, und was erwartet uns... Ab da kenn ich mich absolut nicht sehr aus. Ach so? Ja, also ab da ist für mich... Ich hab zwar immer wieder, immer wieder alles mögliche geschaut und auch... Na, von dort in Walkthrough, da in Walkthrough, obwohl ich das Spiel selber so nicht spiele. Aber... Irgendwie habe ich nur immer den Anfang gesehen. Ja. Und wenn man 100.000 mal den Anfang sieht, ist es halt doch langweilig. Ja, sicher. Ich bin jetzt echt froh, dass wir über diesen Teil da jetzt einfach... Ich bin auch froh, dass wir den Content-Blocker-Boss da jetzt mal entsorgt haben. Oh, was käpt denn da auf dem Turm? Eine Riesenspinne. Eine Lesser-Amygdala. Ein Cthulhu-eskes Wesen. Sehr gut. Wer war denn das auf dem Sessel da um gerade, oder war das gar keiner? Das war praktisch... Ein toter Mann. Naja, das war ein Mitglied der School of Menses. Ah... Sagt uns nicht so wohl... Ja, ist Lohr-Kram halt. Ich meine, wir können jetzt gerne in die Lohr vertiefen, weil das wird länger dauern als dieses Playthrough. Okay. Aber das hier ist halt... Zeig mal die Spinne her, die schaut ziemlich cool aus. War geil. Da hängt noch was. Ja, die hängen da überall rum. Ah! Wir... Puh, ich überlege gerade, wie gehen wir da am besten vor. Also, als allererstes... Oh! Oh! Oh, der hat dich da nicht erwischt. Der auch. Nein! Ha! Ja! Ganz wichtig in Jahagul ist halt diese Chime Maidens. Du wirst vielleicht bemerkt haben, dass die Gegner da alle so ein bisschen an so einen roten Glow haben. Ja. Und in jedem Bereich, da gibt es eine Chime Maiden, die die nämlich ewig wiederbelebt. Oh! Das ist bitter. Ja. Das war sicher cool zum Farmen, oder? Naja, nein, nicht wirklich, weil die nicht ganz so viel hergeben. Ah, okay. Wahrscheinlich dann auch nur einmal, oder so? Nein, nein, das glaube ich nicht. Die geben tatsächlich eh immer was her. Aber sie sind halt nicht so besonders sinnvoll zu fahren, weil sie hat nicht besonders viele hergeben. Okay, die aggrunde ich gar nicht auf der Treppe. Ist okay, Jan. Ja, sollen sie bitte machen. Die haben sich jetzt wieder umdreht und widmen sich wieder ihrer Aufgabe, die Treppe zu bewachen. Genau. Ihn haben wir jetzt nicht erwischt, aber da kommt sicher noch wer. Aber sicher der nächste. Der nächste. Wenn der kommt, na puh. Aber dann ist... Dann ist aber Schicht im Schacht hier. Boah, aber der soll nur kommen. Ja. Na, weil... Pfff, nicht mit uns. Nein. Nein. Wir stehen den ganzen Tag und haben nichts anderes zu tun. Und dann kommt dieser eine dumme Wichser vorbei und den erwischen wir nicht. Aber der nächste. Der wird. Das ist übrigens auch den dicken Großen gesehen, der ist übrigens genauso. Der steht auch wieder auf, wenn man sich nicht drum kümmert. Um sie? Ja. Ist das der mit der Gettling? Nein, das ist der mit dem Flammenwerfer, oder? Nein, das ist einer mit dem Schachtmann, glaube ich. Ach so, okay. Aber ich finde diese netten alten Herren in den Rollstühlen echt amüsant. Sie sind voll extrem cool, wenn die nämlich... Oh, da ist noch einer, oder? Äh, die sind nämlich extrem cool, vor allem auch deshalb, wenn die nämlich angreiften, so die so... Verrückter, echte Mann. Kannst du nicht schreit, ich fang bis zum Gold! So, jetzt kümmern wir mal so einen dicken, einfach nur der Komplischen halber. Ja, nun! Oder er kümmert sich um uns. Auch okay. Gold. Mhm. You're simply the best. Ja, dann schaut gerade so auf und dann entsprechend. Die baffelte Krankheit. Wir werden keine Krankheit in Uganda haben. Wir werden keine Krankheit haben. Links, rechts, links, rechts. Nein. Oh, scheiße. Ja, die... Wieso kann ich an diesem Scheißsack nicht vorbei? Was ist das? Wirklich? Schau dir die Scheiße an! Oh, es ist zu groß! Ich kann nicht drüber springen oder dran vorbeilaufen! Fick dich! Ich hab grad den komischsten Käfer getötet, aber ich kann das nicht machen. Das ist so wie die Witcher. Die Witcher 2, du rennst und so ein größerer Grasalm, du bleibst einfach hängen. Oder so ein kleiner Stein. Das ist wirklich das dümmste. Das meine ich halt wirklich an Spielen überhaupt nicht. Und das ist halt echt kein Problem, dass nur... ... nur Bloodborne hat. Also das ist ein Problem, dass extrem viele Spiele haben jetzt noch die ganzen... Ich will es verloren. 22.000, wann du so? Scheiße. Ah, scheiße. Ich meine... Ich brauche sie nicht unbedingt, aber... Es nervt halt. Na, sowas ist einfach scheiße. Das hat halt wirklich nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie scheiße gespielt hätte, oder das... Oder dass das jetzt einfach nur bei... Nein, wir müssen dich schon festhalten, dass du halt nicht ganz in Form bist. Ja, offensichtlich. Also wenn's da draußen sind, werden's nicht mehr wiederbelebt, oder? Doch, wären sie schon, aber wieder dort, wo sie vorher waren, glaube ich. Ah, okay, das heißt, die Agro-Dichtung nicht. Sehr schöner Hit. Ja, finde ich auch. Ist er jetzt schon... Ja, der ist eben... Ich habe ihn in seiner Beschwörungsanimation getötet, deshalb musste er seine Beschwörungsanimation dann nochmal nachholen, entscheidend. Ah, verstehe. Und das war auch eine nette Frau, die da hinten in der Ecke gesessen ist, oder was? Das ist einfach nur... Ja. Ist das eine Statue, oder? Okay, gut. Na dann. Es ist ein sehr eigenartiger Bereich, in dem wir uns da befinden, wie dir vielleicht aufgefallen sein. Ja, überall hängen so riesige Viecher herum, und ja... Die hängen nur hier ab. Das war so assig, bis ich da mal drauf kommen will. Das ist übrigens überall diese typischen, diese ganzen Witches, ja? Ja. Wie aus Hamburg. Ja. Die hier auch wiederbelegt werden von einer Chime-Mäden, die übrigens hier ist! Ah! Und die man überhaupt nicht finden kann. Man kann sie nur hören. Du musst mich da wirklich runterspringen, um sie zu finden. Das ist so pissig, wirklich. Ziemlich arschig, hä? Ja, den hast du jetzt flawless und boah, da haben wir schon... Da möchte ich mich jetzt echt nicht beschweren, hä? Es tut mir übrigens sehr leid, wenn ich nicht sehr viel entertaining Zeug von mir geben kann, weil das Gebiet ist echt teilweise ein bisschen... Challenging. Ja gut, das Spiel ist ja generell vom Schwierigkeitsgrad her nicht eins... Nicht gerade das Einfachste, ja? Nicht gerade das Einfachste, ja? Nicht gerade das Einfachste, ja? Wo man einfach durchrehen. Kann er da nicht durch? Das ist ja ur-cheesy bitte. Ja, ich bin schon ein Heißiger. Nur, du wirst gleich verstehen, warum ich ihn da jetzt cheesy um... umhau. Ah, okay. Gatling Dude. Ja. Na Gatling Dude! Ein verrückter alter Dude mit ner Gatling. Hallo Sir, ich bin der sagenumwogener Gatling Dude. Ich bin der Gatling Dude. Ich kann zwar gehen, aber die Gatling ist so schwer, deswegen bin ich so ein bisschen faul und... Lord von und zu Gatling Dude. Lord von und... ja? Und mit diesem überhaupt nicht disturbierenden Bild, würde ich sagen, verabschieden wir uns aus dieser Episode. Das nächste Mal bei Caution ist richtig. Das geht weiter in Yarharhar... Yarhar... 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 Spider-enfesteten Nightmare. La. Ja...